Ja, hallo meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Moin moin, ja. Luftschlachten, ne? Ich bin da mal super konzentriert und weiß gar nicht, welches der Sappel. So, jetzt aber wieder zurück auf den Boden. Boden der Tatsache. So, wir gehen zum brennenden Waldmond Endor. Und ich spiel mal wieder das galaktische Imperium und suche mir einen schönen Blaster aus. Immer, immer denselben, immer den hier. So. Das ist dann eigentlich. Ich werde weiter. Ja, das ist viel cooler, okay. Ach, das sind für Granaten oder das? Nee, Thermal, Thermal Detonator. Also, ja, damit haben sie was vor, oder? Nee, Kontaktgranaten, das finde ich schon besser. So. Nein, habe ich das jetzt? Oh, das ist alles gut, alles gut. Ein, habe ich das jetzt? Okay, so. Witzig, wenn er so eine kleine brennende Teddybären durch die gelaufen würden. Hm, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. so geil ist es auch sehr wie die grafik hier schlacht hat begonnen aber jetzt kann ich mal nicht so schlapp wegkriegen wo er ist doch nicht nur mal ja ich finde das schau scheiße mit hermahl der hier mit ankommen ja wir sind sein da erinnert erinnert wo alle überall die beiden das sind bei mir die die haben sich nicht angemessen ihr habt das im griff jungs ich komme mich an die anderen ich denke mal nicht das ist genau für meinen schießen Guck mal, ey. Ich glaub, ich geh gleich drauf, oder was? Hätte ich dann. Wir haben ihren Abblick deaktiviert. Vor Marsch fortsetzen. Voll geil, wie die eben einknägt, wenn man denn in die Beine schießt, ey. Aua. Was ist denn da? Hei. Mein Sturm drüber fällt auch fast gar nicht auf, irgendwie. Im Wald. Die Rebellen haben die Abblingsstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Boah, das darf doch nicht sein. Das ist mir so ein Gefühl, so Arschle. Mann. Wo wo denn noch? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und das wird Zeit, wo ich dir gerade rumdödel hier, wa? Komm, darf ich nicht gerne drauf. Lass mich tun, dass Sie ihn reaktivieren. Ich erfülle meine imperiale Pflicht. Für den Imperator. Oh Gott. Das ist heute ganz schön anstrengend hier gerade. Oh. Alle? Oh. Ich weiß, den werde ich aber... Scheiße. Ich bin zu spät, mein Freund. So, wo ist dieses Scheiß? Die Schilder des Kampfleukos sind ausgefallen. Die beschädigten Schilder sind fast repariert. Lass nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnen. So, da hilft auch kein Deflektorstück, wa? So, komm. Kavaria. Das sind irgendwie alles für Leas, hab ich das Gefühl, ey. So, damit sollte er jetzt, äh... 88 und 87 klarkommen. Wie geil wär's, wenn ihr ein paar E-Books flitzen würden, ey. Wie geil wär's, wenn ihr ein paar E-Books flitzen würden, ey. Die Rebellen haben den Ableg aktiviert. Vorwärts. Abschalten! Wir haben ihren Abling, die haben die Wirth hier. Ist ganz schön schön hier. Oh oh. Da ist eine Art hier, warum komme ich zu nehmen? Oh, genau von meiner Nase. Habe ich nicht gesehen, ey. Ja gut, gibt es ja wahrscheinlich nicht. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Ich glaube, ich würde als Sturmtrupp oder allgemein nicht alleine hier das in Höhle laufen. Ich meine, in Star Wars und Universen gibt es merkwürdige Kreaturen. Und wenn jetzt ja, wo man Ranker rumläuft. Oder eine Ablenkstation. Das war aber echt Zufall gerade, dass ich ihn gefunden habe. Ich krabbel doch gerade eine Spinne hoch. Oh oh oh. Oh. Das sieht aus. Ach guck mal. Wer die Dings kennt, wer auch die Ewob-Filme kennt. Oh Alter. Wer weiß, wie wir uns finden. Ich habe vergessen, wie das große Monster hieß da. Wer die Eltern von den Kändel, Kändels, Kändels eingesperrt haben und hier, wie heißt der andere? Weiß ich gar nicht mehr. Oha. Wer sollte man hier garantiert nicht sein? Weiß ich gar nicht, ist offline. Jetzt holt sie euch. Oh. Schau dir hier. Oh, oh, oh. Die Rebellen haben Wiring-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Ablenkstation deaktivieren, um ihre Bombe zu stoppen. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operation wie geplant fortsetzen. Spinnnetze. Wir werden Wiring-Unterstützung angefordert. Das können sie gleich mal abschneiden. Die Ablenkstation reaktivieren, um ihre Bombe zu stoppen. Ach, scheiße, da ist wieder eine Höhle, ey. Okay. Spieler mit ran. ich dachte gerade ja ja ist ja schon gut wie fast vor allem drauf gekommen das gibt es doch nicht alle erdrücken mich noch nicht beiseite das ist doch nicht mehr normal das ist doch leute ist doch der reiz mitzunehmen alle wibing zerstörten weiter zu verlassen die man abringst dort und ihr wisst was ihr zu tun hat Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Wirings zu verhindern zu. Boah, da ist noch einer. Oder eine, ne, eine, zwei Liegtante. Oh! Ich hätte sterben, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin gerade so weit gekommen. Lach alle. Scheiße. Super. Machen wir mal ein paar Screenshots, weil sie da aber mega aus. Ach, guck mal die kaputte Antenne. Wo ist denn dieser verkackte Ablegen? So, den verteidige ich jetzt den ganzen Tag. Zielerfassung, Sequenz der Rebellen unterbrochen. Operation, die geplant fortsetzt. Wo sind die denn? Wir hätten Luke und so gegrillt werden sollen. Vor allen Dingen den leckeren EZO, die werden sie auch gegessen. Und dann kommt ein bisschen knusprig. Jam, jam jam. Dann schaubst. Om, jam. das wäre es jetzt sehr gut ich bin mega stolz ja so kommt her ihr frechen lümmels hier die Rebellen haben den Ablink an die wir so mit der Hand oh um das war also und so umgehen ich kann mich hier schon um und 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 ja ja läuft doch spitzmäßig so den verteidigen jetzt sonst noch ein bisschen und hoffe dass wir gleich andere aufgaben ach so da sieht man da oben die bei links die werden wahrscheinlich dezidiert dann schrecklich das darf doch nicht sein ja ja Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Hi there, I would have to hear the main from the White-Wing Stealer. Die sind so cool aus. Ihre Wellen schicken Luftunterstützung. Aufpassen! Welchen Ablenker jetzt schon wäre? Nein! Oh! 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 Okay. Oh! 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 gewonnen gewonnen und weg ja habe ich ein bisschen zurückgehalten sehr geil sehr sehr geil das hat mir spaß gemacht ja meine lieben freute das war es wieder für heute und möge die macht mit euch sein